in meinem heutigen video möchte ich einmal bei bfrost vorbeischauen bfrost ist ein projekt das auf polkadot läuft und das sich auf die fahnen geschrieben hat gebundene liquidität wieder zu befreien und eine der ersten anwendungen die auf bfrost laufen besteht darin dass man bei kusama und bei polkadot crowdloan teilnahmen wieder flüssig machen kann also wenn man dort über bfrost in crowdloans eingelegt hat dann hat man eine möglichkeit an seine kusama oder dort tokens ranzukommen obwohl die ja zwei jahre in dem crowdloan gebunden sind und dieses video ist auch eine fortsetzung zu dem video dass ihr hier seht nämlich dass dort einfach mieten statt kaufen video wo es darum ging dass wir uns ja dort tokens geliehen haben dass wir die gemietet haben bei venus um die dann in crowdloans einzulegen und ich hatte ja gesagt die idee dahinter ist dass wir uns da eben 40 dots leihen und dann diese über bfrost in ein crowdloan einlegen und zwar bei lit entry genau das ist das was ich heute machen möchte ich möchte gerne die entnahme die wir gemacht haben jetzt wirklich einlegen über bfrost bei lit entry und einfach auf dem wege mal schauen wie funktioniert jetzt eigentlich genau bfrost die idee hinter dem letzten video bestand darin dass wir die dort tokens die wir für die crowdloans brauchen nicht einfach auf dem markt kaufen sondern dass wir uns die ausleihen und das ganze kann man machen hier bei venus.io läuft auf der binance smart chain und die dort tokens die man bekommt die kann man über binance rüber schieben auf polkadot und um sich dort token hier leihen zu können bei venus muss man zunächst einmal eine sicherheit hinterlegen und wir hatten eine sicherheit von 5000 us dollar in form von usdt eingelegt dann haben wir hier eine kreditlinie bekommen eingeräumt bekommen die kreditlinie liegt bei 4015 dollar und für diese 4015 dollar maximal dürfen wir uns dort tokens ausleihen wir haben da die kreditlinie aber nicht ganz ausgeschöpft sondern nur 40 dort tokens geliehen es ging aber insgesamt um die 80 glaube ich haben wir aber nicht gemacht sondern nur 40 um flexibel auf den markt reagieren zu können weil zu dem zeitpunkt wo wir hier angefangen haben da hat es eine kurskorrektur auf dem markt gegeben und zwar relativ unklar ob es noch weiter runter geht oder ob es wieder hoch geht und um flexibel zu bleiben um also mit der kreditlinie flexibel arbeiten zu können haben wir einfach nicht die volle summe ausgeschöpft sondern erstmal nur 40 tokens ausgeliehen so und im laufe der woche hat sich dann der markt ist hat der markt noch mal korrigiert so dass war sie mehr spielraum in unserer kreditlinie war denn der wert unserer innahme ist ja gesunken dadurch dass der dort token weiter gefallen ist dadurch war es möglich noch weitere dort tokens auszuleihen das habe ich jetzt in keinem video gemacht das habe ich einfach zwischendurch mal so gemacht für so kleine aktionen lohnt sich das irgendwie nicht wirklich hier noch mal ein video aufzunehmen finde ich und jedenfalls sind insgesamt beträgt die entnahme jetzt nun 80 dort tokens die sind zurzeit 2879 dollar wert das ganze entspricht dann ungefähr 71 prozent der gesamten kreditlinie die wir haben und wie man hier sieht haben wir auch tatsächlich schon 19 dollar zinsen eingenommen dadurch dass wir 5000 dollar hier eingelegt haben in form von usdt wir müssen zwar zinsen zahlen aber wir bekommen ja auch einnahmen in form von usdt für unsere einlage und dadurch dass wir auch zinsen zahlen müssen für die dort tokens die wir uns leihen haben wir also 0,0565 dort tokens mehr hier an kredit stehen also auf dem deckel stehen als wir entnommen haben das sind also diese 0,0565 dort tokens sind zinsen die wir gezahlt haben das ganze ist ja etwas über eine woche her rechnen es doch mal schnell aus also 0,0565 mal wir haben ungefähr 35 dollar pro dot token also haben wir ungefähr 1 dollar 90 ungefähr sagen wir zwei dollar an zinsen hier irgendwie sind hier aufgelaufen und eingenommen haben wir um die 20 dollar zinsen und also man sieht das ganze ist zins positiv wir verdienen hier also mit dieser entnahme immer noch geld die api hat sich leider ein bisschen nach unten korrigiert also wir sind wir hatten vorher insgesamt glaube ich um die 13 14 prozent api und jetzt sind wir nur noch bei 8,62 das liegt einfach daran dass die zinsen für den dort token tatsächlich gestiegen sind wie ich ja auch vermutet habe damals bei der korrektur war der dort token als war der einfach nicht so beliebt deshalb haben sich nicht viele leute auch dort tokens ausgeliehen kurse gehen runter leute sind verunsichert leute wollen lieber der markt möchte lieber stable coins haben und volatil assets sind jetzt nicht so besonders blieb wenn es um darlehen geht deshalb war der zinssatz für den dort token niedriger jetzt ist ein bisschen zutrauen in den markt zurückgekehrt und natürlich steigen jetzt wieder die entnahmen auch beim dort token dadurch geht der zinssatz wieder hoch zusätzlich dazu haben wir aber hier noch xvs tokens eingenommen denn das hier ist quasi sind die rewards dafür an dass wir an diesem ganzen auf der plattform hier arbeiten das sind 0,12 dort tokens schauen wir einfach mal was die auch noch wert sind hier bei coingecko ich habe hier übrigens mal ein portfolio erstellt das dort ranting portfolio da sind die tokens alle drin um dies hier geht unter anderem der tether es war aber nur aus spaß der ist ja ungefähr ein dollar der dort token also 35 dollar ist jetzt sogar bei 36 dollar ungefähr und der xvs liegt bei 22,99 also 23 dollar wir haben 0,12 sagen wir also ein zehntel haben wir also nochmal zwei dollar 30 oder so zusätzlich eingenommen man sieht also das ganze ist zinspositiv 20 dollar 23 4 also sagen wir 23 dollar eingenommen gegenüber ungefähr zwei dollar kosten das ist ja eigentlich schon ganz gut so jetzt haben wir also insgesamt 80 dort tokens entnommen und die kreditlinie hier liegt noch bei 4000 dollar wir haben also noch ein bisschen spielraum sieht man auch hier 71 prozent der kreditlinie ausgeschöpft wenn wir uns den markt anschauen den aktuellen markt dann bietet sich meiner meinung nach an da wir hier an dem punkt sind wo wir entweder jetzt wirklich nach oben wieder gehen oder wo das ganze noch deutlicher korrigiert bietet sich meiner meinung nach an hier einfach nochmal eine entnahme zu machen und das ganze hier ein bisschen mehr auszuschöpfen dass wir also nicht mehr bei 71 prozent sind sondern bei ungefähr 88 90 prozent wäre so meine idee vielleicht machen wir es einfach rund und leihen uns noch mal 20 dort dann sind wir ungefähr bei 100 dort die wir ausgeliehen haben nicht ungefähr sondern genau bei 100 dort sind wir und hätten dann also quasi die chance noch mal weiter auszuleihen wenn jetzt tatsächlich die eine weitere korrektur käme und auf der anderen seite wenn jetzt also der kurs vom dort token weiter steigt dann wird hier irgendwann die liquidierung greifen denn dann wird unsere einlage nicht mehr ausreichen um das darlehen zu sichern und das hatte ich in meinem letzten video erklärt das ist genau der punkt auf den ich eigentlich hier hinaus arbeiten möchte denn ich möchte hier die entnahme so weit maximieren wie es nur eben geht den ganzen dip immer weiter kaufen kaufen bis man bis der markt wieder dreht und dann habe ich hier die maximalzahl an dort entnommen wenn jetzt der markt wieder drehen würde dann wären wir quasi am bottom angekommen und dann wäre es also jetzt auch richtig so die liquidierung hier so in kauf zu nehmen und wie das ganze mit der liquidierung funktioniert und wieso weshalb das alles in meinem letzten video darauf gehe ich jetzt nicht ein das wäre jetzt also zu viel so also jetzt als nächstes holen wir uns einfach noch mal 20 dort tokens dann hätten wir also 100 dort tokens insgesamt ich leihe also noch mal ich zeige noch mal ganz kurz wie das geht ich bin hier auf venus.io und gehe hier in den borrow market klick hier auf den dort und kann dann hier 20 dort entnehmen also ich kann hier noch mehr entnehmen ich kann auch 25 dort eintragen aber dann sehe ich hier unten quasi wie viel wie sich das borrow limit verändert wir waren vorher bei 72 prozent also 71 prozent ein paar zerquetschte und ich möchte das ganze aber jetzt nicht ganz auf 93 prozent hochtreiben weil ich nicht zu früh diesen liquidierung zeitpunkt erreichen möchte denn wenn das einfach jetzt ein bisschen hoch geht um dann wieder runter zu gehen dann wäre man ja an dem punkt quasi schon raus deshalb also ich möchte das hochtreiben auf allerhöchstens so 88 prozent dann hat man noch ein bisschen reserve also 20 dort zwar die idee zu entnehmen damit wir auf 100 sind also 89,3 prozent passt schon finde ich total in ordnung wir haben also ein kleines bisschen reserve noch so eine 10 prozent reserve nach oben falls der markt jetzt also weiter steigt und dann crasht hätten wir irgendwie gewonnen und wenn er jetzt richtig hoch geht dann wird es eine liquidierung geben was nicht schlimm ist aber also was in gewisser weise sogar eingeplant ist also ich klicke jetzt hier auf borrow bestätige die ganze transaktion lass das mal laufen aktuell ist sehr viel los auf der beinen smart chain ich muss hier eine ganze weile warten bis die transaktion durchgegangen ist und jetzt ist es soweit und wir haben also hier jetzt eine neue borough balance von 3500 dollar also wir haben dots im wert von 3586 dollar ausgeliehen unser kreditrahmen ist jetzt nur schon zu 89 prozent ausgeschöpft und jetzt warten wir hier einfach mal was passiert natürlich müssen die dots jetzt erstmal von der beinen smart chain runter und rüber zu polka dort damit wir dann bei bifrost weitermachen können denn bifrost läuft nicht auf der beinen smart chain sondern es läuft auf polka dort und mir ist kein an keine andere möglichkeit bekannt wie man dort tokens von der beinen smart chain zu polka dort rüber bekommt außer jetzt über die börse beinen dot com ist aber von meiner seite keine werbung sondern es ist einfach wirklich dass ich nach bestem wissen und gewissen hier recherchiert habe und keine möglichkeit gefunden habe keine andere möglichkeit gefunden habe wie man die dort tokens entsprechend transferiert und ich habe es folgendermaßen gemacht ich habe also jetzt hier quasi von meinem mit der mask wallet eingezahlt bei polka dort ich überlasse das einfach euch jetzt auch das rauszufinden das gehört jetzt hier nicht ins video rein wie man quasi eine einzahlung bei beinen macht von der beinen smart chain über meter mask und die sind also jetzt hier bei polka dort drin und jetzt hebe ich die ab auf mein polka dort wolle jetzt dafür gehe ich dann hier auf withdraw und suche hier erst mal den dort aus als den token den ich übertragen möchte und dann suche ich hier als netzwerk dort aus also nicht bnb nicht beinen smart chain hier so ein bisschen also congested heißt ja sowas wie verstopft also die ist gerade ein bisschen verstopft die beinen smart chain hier dauert alles lange jedenfalls hier also der dort token hier quatsch die dort das dort netzwerk ist das richtige dort polka dort hier wird das wähle ich aus und dann trage ich hier meine abhebeadresse ein und diese adresse die nein nicht über mit der mask sondern die hole ich mir über das polka dort wolle das ich eingerichtet habe und das muss eingestellt sein auf die polka dort relay chain das ist wichtig dass man diese adresse hier nimmt das ist die richtige und dann kopiere ich mir die hier in die zwischenablage tragt ihr ein und dann trage ich hier eben die 60 dort ein die hier rüber schicken möchte es kommen nur 59 9 dort an weil das ganze eine transaktionsgebühr kostet dann mache ich hier die abhebung und dann müsste nach kurzer zeit die einzahlung auf meinem polka dort wallet ankommen inzwischen sind die 60 dort auch angekommen in meinem polka.js wallet 1,19 dort sind vorher schon in dem wallet drin gewesen ich halte ja immer etwas mehr als ein dort in meinem wallet es gibt ja dieses thema mit dem existential deposit bei dem es darum geht dass man immer etwas mehr als ein dort auf seinem wallet haben muss und wer jetzt nicht weiß was das ist und worum es da geht dazu habe ich auch ein video gemacht und das werde ich jetzt hier oben in der ecke zeigen da könnt ihr dann nachschauen wieso weshalb das so ist und was passieren kann wenn man das nicht macht 60 dort in unserem wallet und jetzt gehen wir zu befrost und schauen uns mal an was wir damit machen können die app von befrost findet ihr unter befrost.app link unten in der video beschreibung auf jeden fall und hier sieht man direkt ist geht hier irgendwie um crowdloans hier steht zum beispiel crowdloan die ganze sache ist wahrscheinlich nicht so besonders gut zu erkennen es ist hier irgendwie grau auf weiß und ich weiß nicht ob das hier in youtube so gut rüber kommt ich versuche gleich so ein paar sachen zu vergrößern und so also crowdloan und es ist online also dieses crowdloan modul mit dem wir arbeiten möchten ist schon online hier können wir schon arbeiten und hier in der leiste in der menüleiste auf der linken seite gibt es auch den punkt crowdloan hier gibt es zwei verschiedene crowdloans einmal kusama und einmal dort aktuell sind wir in der auktion nummer drei die geht nur noch zwei tage und hier können wir also jetzt quasi auch an diesen crowdloans teilnehmen über befrost wir investieren hier also nicht selber sondern wenn wir hier investieren dann läuft das ganze über befrost bedeutet auch dass wahrscheinlich unsere investitionen im polka.js wallet nicht angezeigt wird wenn wir das gemacht haben denn die investition läuft ja erstmal quasi durch das wallet von befrost und dann wird also die unsere investition als ein teil von dem ganzen das befrost dann aber als ganzes rein schiebt denke ich mal da auftauchen das wiki von befrost bringt hier ein bisschen licht ins dunkel und zwar findet ihr das unter wiki punkt befrost und finance ich habe auch unten den link reingeschrieben in die video beschreibung und dass die infos findet ihr unter dem salp dem slot auktion liquid protokoll hier könnt ihr das alles nachlesen und hier gibt es auch zwei grafiken die das ein bisschen erklären die eine grafik soll zeigen wie jetzt normalerweise eine parachain auktion stattfindet also man gibt quasi seine dots in diese parachain auktion rein beziehungsweise den crowdloan rein dann läuft die auktion und wenn das projekt nicht gewinnt dann bekommt man seinen dort zurück und wenn das projekt dann doch gewinnen sollte dann bekommt man erstmal die rewards zurück dann läuft die parachain für die dauer wie lange diese parachain eben läuft und wenn das ganze abgelaufen ist dann zum beispiel in diesem fall wäre es ja zwei jahre dann bekommt man seine dort zurück also soweit bekannt und soweit auch glaube ich einigermaßen klar und das ganze wie das hier bei befrost abläuft das sieht folgendermaßen aus diese ganze geschichte hier ist ein bisschen komplizierter als der normale ablauf und vor allem hat man hier eine neue partei das ist befrost und das soll wohl so ungefähr zeigen dass man also quasi seine einlage macht die geht aber erst an befrost und befrost investiert dann in diese cloud cloud und kampagne und dafür bekommt man etwas zurück das nennt sich vs dort und vs bond und wenn jetzt die auktion schief gegangen ist also wenn die wenn der crowdloan quatsch wenn das projekt die auktion nicht gewonnen hat dann bekommt man eben sofort die eingelegten dort zurück und zwar von befrost logisch weil man hat sie auch zu befrost hingeschickt und dann wenn das ganze gut geht wenn also das projekt ein parachain slot gewonnen hat dann bekommt man quasi die rewards von dem projekt das sieht man hier an dem grünen pfeil und außerdem kann man mit den vs dort und den vs bond a im befrost ökosystem irgendetwas anfangen und nach dem ablauf dieser zwei jahre kann man quasi wenn man seine vs bonds hat und die vs dort noch beide hat dann kann man quasi seine dort erst zurückholen und in der zwischenzeit kann man eben mit diesen assets die man bekommen hat irgendwie bei befrost und in dem ökosystem arbeiten und weil das ganze hier dem schaubild meiner meinung nach ein bisschen sehr genau aber eben auch etwas kompliziert ist habe ich das noch mal in einfach aufgeschrieben wenn ich bei mit entry am crowdloan teilnehmen möchte und das ganze über befrost abwickeln möchte dann zahle ich meine 40 dort zunächst einmal an befrost und befrost macht dann die einlage für mich in dem crowdloan und das ist schon mal ein ganz wichtiger unterschied zu der normalen vorgehensweise weil meine einlage jetzt nicht von mir selber kommt sondern sie kommt von befrost und wahrscheinlich wird sie auch im polka.js wallet nicht angezeigt werden denn wenn überhaupt dann macht ja befrost die einlage nicht ich und deshalb wird das bei denen im wallet angezeigt werden wenn die dann bei polka.js nachschauen aber in meinem wallet bei polka.js werde ich wahrscheinlich meine einlage nicht sehen dafür bekomme ich aber von befrost zwei tokens nämlich 40 vs dot und 40 vs bond tokens und diese tokens die kommen in mein wallet wieso jetzt zwei verschiedene tokens und ich glaube das klärt sich auf wenn man sich überlegt dass man jetzt an einem anderen crowdloan noch gleichzeitig teilnehmen möchte und wieder 40 dots dort einzahlt nehmen wir mal an es ist der crowdloan von asta dann würde ich 40 vs dot tokens bekommen wie vorher auch aber auch 40 vs bond tokens nur dass diese vs bond tokens gebunden sind an das projekt asta während die anderen 40 vs bond tokens an das projekt lit entry das heißt es landen in meinem wallet insgesamt 40 vs bond tokens für die teilnahme am crowdloan projekt von lit entry 40 vs bond tokens für die teilnahme am crowdloan projekt von asta und die zwei sind unterschiedlich die sind nicht austauschbar untereinander und ich bekomme 80 vs dot tokens insgesamt weil ich ja zweimal 40 dot tokens bekomme und der sinn dahinter das ist meiner meinung nach ziemlich ausgefuchst der sinn dahinter besteht darin dass man quasi die liquidität die man in form von dot token zur verfügung gestellt hat trend als asset trend von der teilnahme am crowdloan das ein eigenes asset darstellt insofern dass man vielleicht eventuell die rewards separat haben möchte von den dots die man eingelegt hat das heißt ich habe jetzt gutscheine für die rewards die ich bekomme und ich habe gutscheine für die dots die ich eingezahlt habe also ich habe gutscheine für meine crowdloan teilnahme bei lit entry ich habe gutscheine für meine crowdloan teilnahme bei asta und ich habe gutscheine für die dots die ich eingelegt habe dadurch hat man die liquidität von den rewards getrennt und kann die auch als getrennte assets verwerten und das heißt ich bekomme natürlich wenn die projekte die par chain auctions gewinnen auch meine rewards also in form von lit tokens natürlich auch in form von astra tokens habe ich aber jetzt hier nicht eingezeichnet weil das ganze ein bisschen zu unübersichtlich wird also ich bekomme in beiden fällen die rewards und es ist ein bisschen die frage das weiß ich noch nicht wie diese rewards sich abbilden in der utility des jeweiligen tokens das wird das geht aus diesen aus der dokumentation und aus dem wiki nicht hervor aber es wird irgendeinen einfluss darauf haben jedenfalls man bekommt also in beiden fall die rewards man muss aber soweit ich es verstanden habe seine vs bond tokens nicht abgeben um die rewards zu bekommen denn die braucht man später noch und jetzt läuft also diese die laufen beide projekte lit entry und astra zwei jahre lang auf als parat chain auf polkadot und dann ist irgendwann also quasi deren zeit zu ende dieser crowdloan ist zu ende die zwei jahre und in diesen zwei jahren kann ich sowohl mit den vs dot als auch mit den vs bond tokens irgendetwas machen ich kann die zum beispiel swappen oder ich kann die auch gegen irgendwas anderes also ich kann irgendwas anderes damit machen wie zum beispiel dass ich die einlege dafür apy kriege was auch immer in liquiditäts pool staken es gibt alle möglichen varianten die man mit diesen tokens eventuell machen kann eben auch sofort tauschen zum beispiel auch in dort so dass ich dann wieder flüssig bin das ganze ist meiner meinung nach bei bifrost noch überhaupt gar nicht richtig definiert und das ist gut so weil das nämlich sich erst in den nächsten monaten zeigen wird was man eigentlich alles mit diesen sachen machen kann und was eventuell gewünscht ist was damit machen kann dadurch dass man aber jedenfalls die liquidität die man eingelegt hat trennt von den rewards die man bekommt und von der teilnahme zu an dem crowdloan hat man die möglichkeit da sehr flexibel mit umzugehen und entsprechend teile davon zu liquidieren zu beleihen oder sonst irgendwas und wenn diese zwei jahre vorbei sind dann braucht man auf jeden fall sowohl seine vs dot tokens als auch die vs bond tokens die man bekommen hat um an die 40 dot tokens zu kommen die man eingelegt hat also wenn man die zurück haben möchte nach zwei jahren braucht man auf jeden fall beide tokens nur was man in der zwischenzeit mit diesen tokens macht das ist einem komplett selbst überlassen man kann darauf rumsitzen man könnte sie ja wenigstens staken irgendwie in der form falls das geht und so weiter aber das ist die idee hinter bifrost und da bin ich wirklich sehr gespannt wie das ganze funktioniert wie sich das auswirken wird und jetzt machen wir die einlage in das entsprechende crowdloan modul und schauen uns mal an was dann passiert hier in der bifrost app kann ich jetzt also meine einzahlung machen in den crowdloan und ich werde jetzt vom ursprünglichen plan ein bisschen abweichen weil ich habe ja schon den lit entry investiert hier 40 dort und packen wir das ganze doch meinen astra rein dann entspricht das auch mehr dem beispiel den ich das ich eben gemacht habe und dann schauen wir mal ob das so stimmt was wir hier eben erzählt habe also ich habe hier astra und dann kann ich hier auf contribute klicken dann bin ich hier in der oberfläche und dann gehe ich hier hin ich sehe hier meine balance 61 dort 61,19 dort habe ich in meinem wallet und ich nehme jetzt mal 40 dort davon habe keine raffle address mit sowas arbeite ich ja hier nicht dann sehe ich hier meine möglichen rewards nämlich 1.540 astra plus steht dahinter weil wahrscheinlich irgendwie bonus rewards möglich sind wenn ich hier irgendwie ref code oder so mache und ich kriege auch noch 1,6 bnc also bifrost tokens das ist ja ganz schön außerdem bekomme ich 40 vs dort und 40 vs bond das ist das was ich bekomme wenn ich das mache und das schicke ich jetzt mal ab hier wird das ganze noch mal ein bisschen näher erläutert und aufgebrochen klick auf confirm und es ist bei diesen sachen immer wichtig dass man wenn man hier eine einzahlung macht nicht alles rein schickt sondern man muss immer mindestens ein dort in seinem wallet behalten damit die restliche balance von dem wallet nicht gelöscht wird damit man also nicht dass 0,8 dort oder so die man noch übrig hat dann auf einmal verliert ja also dann mache ich jetzt mal die einzahlung schickt das ganze ab läuft die transaktion hier und da ist ja auch schon durch und dann schaue ich mir doch mal an was hier passiert ist unter my contribution und die ganze aktion hat sich hier jetzt noch nicht abgebildet ich denke mal das braucht eine ganze weile ich warte jetzt mal bis das hier auftaucht werde ab und zu mal die seite neu laden und dann melde ich mich wieder wenn sich das hier abbildet das waren jetzt ungefähr fünf minuten die das gedauert hat und dann hat sich die anzeige hier aktualisiert ich hatte aber zuerst mal hier nur die aktion an der ich teilgenommen habe die asda drin vs. die zahl hielt sich hier hartnäckig auf 40 die anzahl der bonds blieb auf 1 sodass ich schon gedacht habe ich habe eben die ganze zeit nur quatsch erzählt aber alles in ordnung es ist hat wirklich geklappt es dauert einfach nur eine ganze weile bis das hier umgesetzt ist und wir haben also wie jetzt eben schon erklärt wir haben insgesamt 80 vs dort wir haben aber zwei verschiedene vs bond tokens und diese sehe ich jetzt hier als so eine art gutschein nämlich vs bond für aster hier in blau auf der linken seite und vs bond für lit entry in grün jeweils 40 stück davon und damit kann ich jetzt theoretisch irgendwann weiter arbeiten aber das ganze geht natürlich erst los wenn die crowdloans durch sind wenn die part chain auctions durch sind weil vorher wäre das ganze ein komplettes durcheinander wenn man jetzt vorher schon mit seiner einlage arbeiten könnte und dann gewinnt irgendwie das projekt nicht da muss uns alles wieder rückgängig machen und nach aussortieren das hat man glaube ich sich hier gespart indem man einfach das jetzt hier sperrt bis die auktionen durch sind und wenn die auktionen durch sind dann mache ich sicherlich noch mal ein update video und dann schauen wir mal was wir damit machen können die idee war ja eigentlich dass wir auf diesem wege hier in irgendeiner form an unsere dots zurückkommen die wir eingelegt haben die sind ja jetzt erstmal weg bis die auktionen zu ende sind aber wir haben ja verschiedene möglichkeiten einmal vs bond tokens und wir haben vs dot tokens irgendwie können wir die zurückholen die dots die wir uns geliehen haben und dann unser darlehen zurückzahlen das ist die idee und sobald das ganze hier weitergeht werde ich mich wieder mit einem neuen update video schauen uns das nochmal an bis dahin tschüss